In dem folgenden Video stellen wir euch den Röckwi vor. Er ist ein 8-jähriger 5-Gang-Wallach mit ganz viel Naturteilt. Röckwi Frau Rieb heißt dieser traumhaft schöne 8-jährige Rappwallach und er ist ein Verkaufsfeld von The Horse Seller. Groß und kräftig ist er auch und 1,45 Meter und wunderschön. Allein das Gebäude, dieser schöne Hals, das kann man direkt jetzt schon sehen. Röckwi ist ein 5-Gänger, das hat die Steffi ja eben schon gesagt. Stefanie sitzt heute auf dem Pferd, hinter der Kamera ist die Viktoria und ich bin hier in der Bearbeitung und präsentiere euch das Video von diesem wunderbaren 5-Gang-Pferd. Er hat ganz schicke Bewegungen, eine ganz tolle Form, also in allen Gängen ist er super zu formen, schön zu reiten. Trab ist so der Gang, der am wenigsten sicher ist bei ihm, im Moment noch so ein bisschen huppelig, aber es geht auf beiden Händen. Seine Galoppade ist sehr schön gesetzt, rechts und links herum kann man hier jetzt schön sehen, in der Halle im ruhigen Tempo und immer wieder diese schöne Form. Er hat natürlich einfach diesen Hals dafür, um hier einfach immer wieder gut nachgeben zu können. Er ist weich und leicht, mit viel Platz in der Garnasche und dann hat er diese richtig schicken Bewegungen, vor allen Dingen im Tölt, wie gesagt, im Grundgang. Ah, Trab muss er noch etwas trainiert werden, aber auch der Schritt ist schön und wie gesagt, die Galoppade ist gut, der Rennpass ist schnell und sicher. Den haben wir hier im Video nicht gezeigt, weil wir denken, dass es auch reicht, dieses wunderbare Pferd viergängig vorzustellen. Er ist auf jeden Fall geeignet für ambitioniertere Reiter, jetzt nicht schwierig oder so, aber für Safe-Siegel guckt er noch ein bisschen viel in der Gegend herum, kann sich auch mal an so kleinen Dingen festgucken, überhaupt gar nicht im Straßenverkehr, da ist er obercool, also je größer das Fahrzeug und je lauter, desto besser. Also da ist immer gar nichts los, aber so ein Huhn, was vielleicht aus dem Busch gesprungen kommt, da guckt er sich schon noch mal dran fest. Also hier heute ist der Röckweg noch nicht geeignet für den Totalanfänger, aber ein Reiter, der etwas ambitionierter ist, der hat mit diesem Pferd richtig Spaß, der ist auf jeden Fall geeignet für Reitabzeichen und Trainerlehrgänge, für sonstige Kurse und natürlich auch für den Einstieg in den Sport. Ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Pferd bei weiterem Training noch sehr, sehr gute Möglichkeiten hat, auch nach oben in den schweren Prüfungen im Sport zu kommen. Aber bis dato ist es einfach ein Pferd, was total viel Spaß macht zu reiten und mit dem Mann toll, hier sieht man einmal ganz kurz einen Lkw, das, wie gesagt, das juckt ihn null, da ist er echt total cool, aber so ein Hühnchen aus dem Busch, das, wie gesagt, gefällt ihm nicht ganz so gut. Da ist er dann noch mal ein bisschen guckig, aber hier kann man noch mal den schönen Tölzchen, das ist ein richtig cooles Pferd mit viel Platz, auch in der Schulter, gute Hinterhand und mit etwas mehr Training wird der richtig, richtig gut. Also wer hier ein Pferd nicht nur zum Luxus-Freizeitreiten, sondern auch für den Sport sucht, ist hier mit Röpfe ganz gut dabei. Kleines bisschen Arbeit steckt man da noch rein in dieses Pferd und dann hat man richtig einen tollen Diamanten. Aktuell ein Rohdiamant wird hier noch ein bisschen geschliffen, aber wir sehen hier schon solche Dinge, auf die er sich vorbereiten kann. Das macht ihm dann nichts aus, da macht er gut mit. Auch Lektionen hier jetzt, das Rückwärtsrichten, das fällt ihm alles leicht. Er ist sehr willig und fröhlich mit bei der Arbeit. Das Temperament liegt im mittleren Bereich, also sehr angenehm. Er lässt sich immer gut treiben und ist überhaupt kein hektischer oder hysterischer Typ. Hier guter Schritt, das laute, hupende Auto, das macht ihm nichts. Und hier beim Video im Gelände ist es ja auch immer so, dass der Wagen nebenher fährt. Und das stört ihn dann überhaupt gar nicht. Ja, unser Röck wie ein Pferd für Spaß an der Reiterei. Also ein Pferd, was einem ein Lächeln ins Gesicht zaubert und das jeden neuen Tag. Für den etwas ambitionierten Reiter, für Kurse, für Lehrgänge und auch für den Sport dieser schicke Fünfgänger. Wenn er euch gefällt, dann meldet euch gerne. Die Daten dazu findet ihr oben im Video. Also einfach eine WhatsApp oder E-Mail schreiben. Dann erzähle ich euch alles über Preise und was ihr sonst noch so wissen möchtet. Und wenn ihr einen netten Kommentar oder ein Like bei YouTube unter dem Video hinterlassen möchtet, dann freuen wir uns natürlich. Und wenn ihr immer wissen möchtet, was wir für neue, tolle Verkaufstelle da haben, dann drückt die Glocke weg und folgt dem Kanal. Dann seid ihr immer informiert, wenn wir ein neues Video posten. Und bis dahin noch ganz viel Spaß mit dem wunderschönen Röck wie Frau Reep. Der Requi ist ein toller Töll da. Er für den ambitionierten Reiter gedacht, der Lust auf mehr hat. Zum Beispiel Turnier oder auch Kurse.